Hallo. Ich mache heute ein Fortnite-Video. Übrigens, als Erklärung, ich habe jetzt nämlich zwei Wochen oder fast länger kein Video mehr hochgeladen. Das liegt daran, ich hatte in der letzten Zeit relativ viele Schularbeiten und sonstiges. Und deswegen habe ich keine Videos hochladen können. Aber irgendjemand hat sich in meinem ersten Video, also bei meinem komplett ersten Video, habe ich ja gesagt, ihr sollt in die Kommentare schreiben, was ich spielen soll. Und dann hat irgendjemand geschrieben Fortnite und das durchgekriegt. Ich habe das Spiel, also doch, ich habe schon, also ich habe es auf meinem Computer schon etwas länger, aber ich habe Fortnite noch nie so richtig auf meinem Computer gespielt. Und deswegen, ähm, spiele ich das heute einfach mal. Hier, also jetzt auch auf meiner Karte, ich weiß jetzt nicht, ob man das sieht, doch sieht man es sicher. Ähm, ich bin noch, ich bin Level, also ich heiß der Köttl, super Name, genau. Und ich bin erst Level 11. Ja. Ja. Liegt wie gesagt daran, dass ich das erst seit zwei Tagen spiele. Ja. Dann schauen wir mal. Was finden wir? Okay. Schon gut. Verband. 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 Ja, brauchen wir eigentlich jetzt nicht. So. Also ich hatte Fortnite schon auf meiner Xbox. Ich hatte eine Xbox und da habe ich das schon gehabt. Nur, da bin ich gefühlt immer, ähm, habe ich immer verloren. Also ich habe keinen einzigen Sieg gehabt und ich habe immer verloren. Also ich habe echt keine einzige Runde gewonnen. Obwohl, einmal mit meinem Freund habe ich Duo gespielt. Und, also ich sage jetzt einfach nicht, ich erkläre jetzt Fortnite nicht, was das für ein Spiel ist, weil ich denke die meisten kennen es. Ich denke es nicht. Also ich hoffe die meisten. Und, ja, noch, also wir kommen wieder zu der Sache. Ich habe halt mit meinem Freund einmal Duo gespielt und da hatte ich halt einen, äh, Sieg. und sonst aber nie. Das war mein einziger Sieg. Und jetzt, äh, spiele ich halt auf PC. Und, ja, da ist die Steuerung einfach viel, viel, viel leichter. Okay. Oh, cool. Und, also, ich habe es jetzt, äh, wie gesagt, zwei Tage und da spiele ich manchmal mit meinem Freund. Und, ja. Ich werde jetzt nicht so viel sagen, weil ich muss mich ja ein bisschen aufs Spiel konzentrieren. Deswegen, wundert euch nicht. Kann eher leise sein. Also, ja. So. Ich schau mal, wo Gegner sind. Hier sind ja fast keine Gegner. Denkt euch nicht so. Ja, ich bin ja voll schlecht. Ja, sorry, ich habe vor zwei Tagen angefangen. Das ist das. Und, zwei Tage ist ziemlich kurz. 50 Spieler verbleiben. Okay. Okay. Hier sind Gegner. Gut. Also, ich kann eher, also, was auf PC schwieriger ist als auf Konsole, ist bauen. Bei, bei, bei PC, da muss man immer die Tasten oder irgendwelche hin und her switchen schwierig. Und das kann ich halt noch nicht. Und, aber auf PC geht's so besser spielen. Das kann heute ein längeres Video werden. Je nachdem. Ich spiele nur eine Runde. Also, es kann sein, dass das lang dauert, weil ich einen epischen Sieg hole. Aber es kann auch sein, dass das relativ kurz dauert. Äh, relativ kurz dauert. Okay. Und ich sag's, wie es ist. Ich habe seit, ähm, Season 2 nicht mehr gespielt. Also, ja. Und ich spiele jetzt auch mit Maus und Tastatur. Man könnte ja auch mit Controller spielen. Ich spiele mit Maus und Tastatur. Das, finde ich, ist so an und für sich leichter. Also, jetzt nicht zum Bauen, aber insgesamt so. Ähm, zum Spielen, oder zum Schießen, zum Zielen ist es leichter. Oh, da war's. Hab ich da durch? Okay. Ist da jemand? Ich weiß es nicht. Nein, da ist niemand. Schade. Bin ich da runter springen? Oh, Fallschaden. Ich finde echt keine Gegner. Wo sind die? Ah, doch. Da ist jemand. Taktisch nicht so. Eliminiert. Ja. Er hatte wenig AP. Der hatte 100% wenig AP. Und ich bin das. Dann wird das Video doch nicht zu lang. Ich hätte gedacht, es wird länger. Ja. Aber leider war's das nicht. Aber 28. Das ist nicht schlecht. Ich hab schon mal gewonnen. Schon öfters. Vor allem mit meinem Freund. Okay. Leute. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.